hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft mein name ist drskill schön dass du wieder eingeschaltet hast lange ist es her dass hier auf dem kanal auch mal wieder eine minecraft folge kam und ja für alle die vielleicht nur die minecraft folgen schauen es geht wieder los ich bin ich bin wieder da ich versuche es so gut wie es geht man hört es vielleicht in meiner stimme ich habe noch so ein leichtes kratzen liegt daran ich bin ich bin oder werde bin sein tun haben erkältet und auf jeden fall ich dachte mir so okay aktuell läuft hier vor allem star wars auf dem kanal das war noch vor produziert ein bisschen und davor gab es ja auch eine kurze pause im kanal und so weiter und so fort und viele plappere viel gerede von mir wenig sinn dahin da es geht wieder los ich schaue wieder dass ich aktiv folgen bringe wieder mehr content und so weiter und so fort damit ihr einfach wieder mir zuschauen könnt wie ich spiele spiel wir sind in der let's place in kurz erklärt so jetzt schau ich mal wie es ist auch ein bisschen für mich eine weile her habe ich gesehen dass ich das letzte mal hier in dieser welt war und wenn ich es richtig im kopf habe wollen wir eigentlich darüber jetzt überlegt ob wir einmal hier eine verbindung dahin bauen aber ich glaube das sieht nicht gut aus wegen ich jetzt einfach mal ganz plump dahin einfach hier so eine kleine fläche aus hier so ein bisschen ich habe gar keine bruchsteine mehr ja auf jeden fall ich glaube wir können hier abkürzen ein bisschen nach unten was sinn machen könnte jetzt wo ich es hier gerade so sehe ist tatsächlich ein 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 turm vielleicht irgendwie dass wir da nach oben kommen das ist vielleicht sogar gar nicht so doof wir haben ja da hinten unseren treppenweg dass man da sagt dann geht es da hoch das weiß ich noch nicht können wir uns mal überlegen ich hole für sich erstmal die bruchsteine wird lädt noch ein bisschen bruchsteine haben wir immer noch mehr wie genug da müssen wir uns keine sorgen machen und was mir gerade auch so parallel noch ein bisschen auffällt für alle die nicht die star wars folgen geschaut haben die ich sehr empfehlen kann das mega coole spielen vor allem dadurch dass wir teil 1 auch schon auf diesem kanal haben alle die noch nicht gesehen haben gerne auch erst teil 1 anschauen war das erste display hier auf diesem kanal überhaupt deswegen auf der anderen seite entschuldigung für die technischen fehler die es damals noch gab das war noch eine anfangszeit aber worauf ich hinaus wollte ist man hört es vielleicht an der stimme es dürfte sich hoffentlich bestätigt ihr das auch soweit besser anhören liegt daran dass es ein anderes mikrofon ist ein neueres einfach mal so eine rand info also vielleicht hört sich meine stimme ich finde sie hört sich leicht kratzekrank an aktuell noch einfach weil ich leichtes schnupfen habe in verbundenheit mit die können wir gar nicht hoch gehen muss ich jetzt echt den weg außen rum gehen um da hoch zu kommen okay dann schaue ich mir gleich mal alles an was wir hier so gebaut haben ist ja für mich auch eine weile her dass ich hier in meiner kleinen welt war das dach können wir vielleicht noch was schöner machen naja aber es dürfte sich an sich ich habe das mikrofon auch in einem gesunden zustand getestet und verglichen mit meinem alten davor es ist schon ein ticken besser also geschmäcker unterscheiden sich ja wieder aber von der reinen audio datei empfand ich es so als wäre das mikrofon was er jetzt hört besser ihr könnt aber auch gerne einfach mal den vergleich zu den vorherigen machen wenn ihr mir die letzte folge anschaut genau ansonsten was kommt denn jetzt aktuell auf dem kanal wenn ihr das video seht sind die aktuellen programme auf dem kanal das minecraft survival hier dann haben wir noch skyblock und auch das ist noch eine alte folge die ist mir aufgefallen die habe ich nie hoch gedauern gehabt die die kommt jetzt auch wieder regelmäßig dann ganz neu ist von ea fc24 was wir ja auch spielen wollten beziehungsweise wir ich na ich spiele das ich wollte das unbedingt spielen ihr dürft zuschauen nur die die möchten natürlich nicht gezwungen und dann haben wir eben noch star wars ed das sind was habe ich jetzt mit richtig gezielt und far cry jetzt komme ich auf fünf oder zweimal minecraft genau check dann haben wir far cry star wars und jetzt ea fc24 genau dann versuche ich jetzt auch den podcast wieder aktiver zu bespielen ist ja auch so eine sache die ist die ist die haben wir mal hier habe ich mal angefangen und dann ist die eingestoppt ja um es jetzt mal ganz so zu sagen wie es sich irgendwie angefühlt hat so es ist es ging mal ein bisschen los und dann kam dann staub auf und raus so das soll nicht so sein ähm und deswegen auch da einfach wieder der plan mehr content hochzuladen ein bisschen das konzept zu überarbeiten weiß es leider noch nicht ganz genau wie ich es mache ich weiß auch noch nicht ob der podcast einen festen tag kriegt ich denke mir eher dass der so einmal in der woche so einen platz kriegt aber ich kann euch auch noch nicht sagen was denn also was was da was wir da laufen lassen tun haben also worüber ich da rede bin ich noch nicht so im bilder es dürfte aber ja irgendwann auf jeden fall dann die entscheidung kommen und dann mal gucken so jetzt schaue ich mal gerade wo sind wir denn hier ist das hier ein guter ding ja hier ist so nichts drunter ja hier könnte man vielleicht so ein weg unten bauen ja das problem wäre wir würden wahrscheinlich genau hier in dieser lücke landen also ähm um meine gedanken kurz mit euch zu teilen meine angst ist es dass wenn ich jetzt nach unten baue dann äh zu wie heißt es zu diesem weg nach unten rauskomme und das ist quasi dann so block macht ne das wäre doof so aber wir wollten darüber irgendwie eine verbindung kriegen ich sehe auch gerade schlauerweise haben wir da ein anderes holz verwendet seh mir gut lege ich gerade wie wir das machen mal wieder einfach mal ob ich da jetzt einfach mal einfach so mal hingehe jetzt mal so gib mir mal einen moment nehme jetzt einfach mal hier meine stufen und sage hier ist es noch okay hier sollen noch stufen sein und dann geht es hier so los hier sind drei immer ja na na und dann hier ah voller das wollte ich zum beispiel nicht ist das jetzt soweit richtig eins zwei eins zwei drei eins zwei eins zwei drei dann wieder zwei ja so könnte es schon stimmen äh ich versuche es mal so wieder auf zu hübschen soweit dann müssen wir da rüber kommen okay das heißt ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen frei nach meinem gedanken kopfchen ich mache es jetzt auch erstmal gezielt einfach nur so dass ich weiß wo das teil lang laufen muss ich weiß dann auch es müsste eigentlich noch so ein bisschen diesen schwung effekt kriegen ah das muss jetzt leider irgendwann rüber na das ist so ja dann hier so rüber das ist schon nicht so ohne weiß ich noch nicht wie wir das können wie ich das dann perfekt mache ich versuche jetzt ein bisschen wieder im singular mehr zu reden ich bin immer irgendwie im in minecraft in so dieser wir welt aber ich bin ja der der baut ich könnte aber gerne immer in die kommentare schreiben wenn ihr findet man hätte das anders bauen können ja das ist auch schon oh ne 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 jetzt machen wir nicht mit wo ist es hin da ist es ah ne ich habe heute noch einen ganz wichtigen zahnarzttermin kann ich leider nicht absagen tut mir wirklich leid geht nicht anders so schauen wir uns zwei eins zwei drei eins zwei irgendwie in meinem kopf ein bisschen viel zum rattern hier eins zwei eins zwei drei eins zwei eins zwei drei ach so so könnte es was werden eins zwei eins zwei drei also beziehungsweise wir könnten ja auch eigentlich würden wir ja so viel Gedanken sparen so bauen so so die Seite passt und dann müssen wir hier immer nur so um eins verbreitern hat das Skelett uns gecheckt? ne na dann ist es ja noch einigermaßen easy gut das ist hier dieser Weg ich glaube der wird von unten nicht so hübsch aussehen aha lass mich mal gucken er sieht halt noch nicht spektakulär aus das muss man das muss man fairerweise zugeben also hätten wir da jetzt mehr erwartet dann wären die Erwartungen wahrscheinlich jetzt getrübt muss man ja mal so offen zugeben so machen wir mal hier noch ein bisschen so 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 und so dann ist das hier alles so ein bisschen aufgefüllter hier das gleiche Spielchen dann ist das hier auch so ein bisschen sag mal vorsichtig netter äh weiß ich noch nicht weiß wie wir das hier machen wie haben wir das denn ach man wir haben keine Fackeln ja ehrlich äh da 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 äh äh könnten wir mal kurz machen wir kurz so eine Abkürzung hier für uns auf die wir vorher schon machen können ja ja was für schlau gewesen äh es ist manchmal schlaue Ideen und so na gefährlich so ich mach jetzt einfach mal ich sag jetzt mal hier wir haben ein Wasser hin äh warum ist denn das so das möchte ich dann doch nicht so äh kann ich wenn ich dann sage hier ist ein Wasser ist dann bleibt dann auch wieder auf zwei breit was stimmt denn hier mit dem Wasser nicht das ist nicht irgendwie so ein Trick dass man das Wasser äh genau eins Wasser so möchte ich das haben gut so jetzt möchte ich dann bloß nicht dass das da unten alles so breit läuft das heißt das Wasser muss hier runter laufen jetzt muss ich wieder einmal hoch muss einmal dafür sorgen dass das ganze Wasser dafür abfließt na das heißt wir sammeln einfach Wasser wieder ein ganz easy warten einmal ab bis es da weggeflossen ist setzen es wieder neu hin und dann haben wir da jetzt ein Wasser nennen es mal Wasserfall ohne dass es wirklich ein Wasserfall ist ne so aber dann fließt das hier auch nicht so komisch so warum ich hier gravel ist weiß ich auch nicht na gut ein bisschen weh schau mal Weizen haben wir noch könnten es mal wieder neu machen also bedeutet nichts anderes wie das Feld ernten und wieder hin platzieren haben wir uns Rackadierkamer hier jawohl und ich habe ich habe ihn gehört wo ist er Klaus bist du noch da Klaus wie immer Klaus ist hier Klaus ist hier mit seinem Erdblock mega cool er verfolgt uns auch schon er verfolgt ich habe es falsch ausgesprochen Klaus ist ja Teil unserer Tour hier so er ist sicher schon seit ich glaube zig Folgen mittlerweile dabei ich weiß gar nicht wann Klaus das erste Mal eingetreten ist hier in das Format aber auf jeden Fall cool so schnappen wir uns das Ganze hier noch weg ach das Inventar wird voll sein oder ja ok dann heißt es hier einmal wieder die Samen neu platzieren unsere Weizenkörner es ist ja lustig immer wenn wir die Samen platzieren kann man sie gleich schon wieder aufsammeln einfach weil hier noch so viel Zeug liegt total von dem sind die ganzen Wassermelonen ein Witz müssen wir nur einmal mit der Axt durchlaufen aber es funktioniert so wieder ein Stückchen weiter vor so dann einmal hier rüber keine Weizenkörner mehr ich bin ungewohnt aber wir sie hier vorne alle eingesammelt hatten deswegen macht schon Sinn macht Sinn so dann darf unser Weizen wieder wachsen wir schnappen uns hinten die letzten Körner die wir noch nicht hatten das ist zu viel da hätte ich vielleicht von einmal kurz lernen sollen das wäre schlauer gewesen ach verdammt so dann machen wir hier einmal weg schnappen uns noch die anderen Körner die hier waren hier waren noch einmal Körner 30 30 Körner gleich huiuiui gar nicht so wenig so tun unsere Axt hier hin so dann schnappe ich mir mal kurz ein bisschen Weizen denn ich wollte mir einmal wieder Brote machen das passt das ist mehr wie genug so und dann ist das hier auch alles wieder aufgeräumt einigermaßen fachmännisch dann schaue ich mal kurz hier noch ja da hat man Schutz 1 und alles drauf ja gut spannend aber mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge ich hoffe es hat euch gefallen es ist schön wieder da zu sein und ja schaltet euch auch gerne bei den anderen Folgen auf den Kanal ein in dem Sinne ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis morgen gleich Uhrzeit wieder hier auf dem Kanal ach schön beziehungsweise warte mal jetzt muss ich mir noch mal denken ach Brainstorming ich glaube die Folge kommt ein Ticken später morgen wieder zu gewohnten Uhrzeiten also in dem Sinn Blick hier auf die Uhr vielen Dank fürs Zuschauen schaltet auch gerne morgen wieder ein bis dahin ciao 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 ciao